Ich sag's, wie es ist. Ich bin einfach froh, wenn das vorbei ist. Ja, wir alle. Es ist einfach belastend. Hi. Das ist ja, die Visuals sind ja basically die erste Hälfte des Videos, ne? Genau. Dass wir wirklich auch visuell das Video in zwei teilen, das ist viel mehr DIY, vielleicht wirklich so, du nimmst irgendwie Camcorder, rennst los, rennst weg vom Set. Das und das. Die beiden. Unabhängig von der Blumenwiese mag ich das vom Look and Feel. Ja, das sind auch die beiden analogen. Die beiden Sassen sind analoge. Na klar. Vielleicht sollte ich doch anfangen, Schlüpfer zu verkaufen. Ja. Wo ist die Künstler dann? Ich will nur sagen, ich bin nicht zu spät. Du warst 15 Minuten zu früh. Um 7 Uhr morgens. 7.30 Uhr. Dann hat Bella mich falsch gebrieft, damit ich früher da bin, falls ich schon zu spät bin. Also Lena hat gerade zum ersten Mal das Thumbnail von der Episode 2 gesehen. Mach mal ein Gesicht, wie du es findest. Ich habe original in den Raum gesagt, wer hat das denn ausgesucht. Das sind 10 von 10. Und Erik war so, ja, also ich. Das war eine super Familie. Nein. Vielen Dank. Hallo 20-23, Leni. Okay, let's all come a bit closer together. So, just before we get crazy, just want to say a quick hello and a big thank you to everybody coming on board. So, thank you for being here, everyone. I'm really, really excited for this one. I'm always for good energy and for transparent communications and let's make this one a good day. Okay, and roll camera. Also für mich ist der Crash sozusagen mein Depressionsrückfall im Dezember. Und dann der Sprung ist sozusagen, also der Crash ist das Negative, dass ich damit gegen die Wand gefahren bin, literally. Und dann steige ich aus und befreie mich davon. Let's shoot. Let's go, step. Let's go, step. Let's go, go. I'm not feeling it. Okay. I think I'm not feeling it. It's a dress, right? I hate a suit. Something more glam, more fashion? Really, no. Smoky eye? No smoky eye, no, no. Let me take the edge off. Oh my god, no. Champagne for Lena. No Champagne. I just want to keep it real. Hälte Level? Hände, zwei von zehn. Arme, drei, vier von zehn. Was ist zehn, was ist null? Zehn ist warm. Füße, vier von zehn. Cool. Der Rest, fünf von zehn. Energy Level? Zehn von zehn. Good. Good. Ah, rein in die Galoschen. Und ab. Oh, shit, so schmau. Hallo. The feeling is that one outfit could be a little boring. The change in the changing room and then the same outfit in the staircase. I would definitely see another outfit in the introspection because I feel like it's like so much more vulnerable and clean and effortless than for the performance. I definitely see a different outfit. I definitely see a different outfit. Hehehehe. 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 I'm loyal to myself now, wanna get to know me, yeah. Was für die Video fertig ist? Alles fertig geplant. Alles fertig geplant, it's time for another topping of lipgloss now. Es war entspannter, als ich nicht da war, ne? Oder bin ich dick im Huck? Ja, du musst's. I've been doing better I've been doing better I've been doing better Cuts! That's the fucking wrap! Von Lena! Morgen sitzt du ja in dem Auto Beim Klaus auf der Couch Beim Klausi auf der Couch Gute Nacht, Leute! Erik! Lass mich mal holen! Ich hab das die ganze Zeit da liegen lassen die Kamera, aber dann hast du wirklich jetzt drei Minuten am Stück hier einen Meltdown hingelegt Es ist Lachreulen, es ist beides ein bisschen Ja, es ist quasi ein hysterischer Lachanfall der geendet hat im Weinen weil ich zu viele Gefühle habe Es ist nicht so schlimm wie es jetzt gerade aussieht, weil ich hab den Lachanfang nicht mitbekommen mit der Kamera Das ist auch schon ein bisschen los Ja, wir haben gepumpt schon 700 Mal Ja, sehr gut! Bist du ready? Ich bin sowas wie so ready Viel Spaß, Leni! Mach alle! 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 Ich hab alle! Ich hab alle! Dann haben wir echt jetzt noch elf Tage, wenn du es voll ausnutzt Elf Studiozeit In dem das ganze Album fertig sein muss Nützig! Wie kann das denn passieren, dass es immer so ist?